Die Horrorgeschichten zum Einschlafen sind zurück. Jeden Tag eine neue Story. Zuerst gibt es die auf Spotify, Apple, Amazon Music und Co. Folgt dort auf jeden Fall unserer Playlist. Erster Link in der Beschreibung. Alle Storys sind fiktiv. Bitte niemals etwas nachmachen. Und jetzt viel Spaß. Als ich neun Jahre alt war, verschwand mein bester Freund Tommy. Doch nicht nur er, sondern auch sein Vater Jörg. Ich kann mich noch ganz genau an diesen Tag erinnern. So, als wäre es gestern gewesen. Wir drei hatten eine Radtour gemacht. Sowas machten wir öfter. Wir fuhren die gewohnte Route. Und so wie immer machten wir unsere Pause am Ende des Hügels. Am Hühnerfeld. Es hieß nicht so, aber wir nannten es so. Wegen den, wie man sich offensichtlich denken kann, Hühnern. Sie liefen natürlich nicht frei auf dem Feld herum. Aber da war ein großes Hühnergehege. Direkt auf der anderen Seite des Feldes. Sie gehörten dem örtlichen Bauern. Er hielt auch noch viele weitere Tiere. Doch die Hühner waren die einzigen, die wir von unserer Position aus sehen konnten. Beziehungsweise eher hören. Die Hühner waren so viele an der Zahl und sie waren so laut, dass wir sie schon immer hören konnten, noch bevor wir den Hügel überhaupt erreicht hatten. Wir kannten den Bauern nicht, da er das Vieh hielt. Und hatten ihn auch noch nie gesehen. Aber das sollte sich an diesem Tag ändern. Oben auf dem Hügel begegnete uns ein Mann, der schon wie ein Landwirt aussah. Sind Sie der Mann, dem die Hühner gehören? Fragte Jörg. Ja, das bin ich. Antwortete der Landwirt und lachte dabei verlegen. Der Bauer schaute zu uns. Sein Gesicht konnte ich nur so halb erkennen. Denn obwohl der Landwirt ganz gewiss so angezogen war, wie man es sich vorstellte, gab es eine Sache, die ganz untypisch war. Denn er trug eine Käppi. Und diese hatte er weit runter vor sein Gesicht gezogen. Das sah schon ein wenig merkwürdig aus. Doch ich dachte mir damals natürlich nichts dabei. Jörg ging auf den Landwirt zu und begann ein Gespräch mit ihm. Wenn ich mich so zurückerinnere, hatte ich nicht das Gefühl, dass der Landwirt offen oder gar kommunikativ erschien. Abgesehen von der Käppi in seinem Gesicht, ließ seine Körpersprache deutlich verlauten, dass er nicht gerade wirklich Lust auf ein Gespräch hatte. Aber Jörg gehörte nun mal zu der Art Mensch, denen so etwas nicht auffällt. Oder dass es denen zwar auffällt, aber die darüber einfach hinwegsehen. Und so fing Jörg ein Gespräch mit dem Bauer an. Nachher sollte ich mich fragen, was wohl passiert wäre, wenn Jörg das Gespräch nicht gesucht hätte. Wenn er zu den Menschen gehört hätte, die nonverbale Kommunikation von anderen super verstehen und sich dann auch dementsprechend verhalten. Wenn Jörg ein anderer Typ von Mensch gewesen wäre, dann wäre vielleicht rein gar nichts passiert. Aber gut, das konnte man auch nicht mit Sicherheit sagen. Jedenfalls war es damals unfassbares Glück für mich, dass ich ganz dringend aufs Klo gehen musste. Und so lief ich schnell in die andere Richtung. Dahin, wo der Wald begann. Und als ich fertig war und wieder zurückkam, waren Tommy und Jörg weg. Genauso wie der Landwirt. Ich war total verdutzt. Ich schaute mich um, suchte nach ihnen. Zuerst dachte ich, sie wären auch in den Wald gegangen, weil sie mal mussten oder so. Doch als sie dann nach 10 Minuten nicht wiederkamen, wurde mir extrem mulmig zumute. Sie waren wirklich weit und breit nirgends zu sehen. Aber unsere Fahrräder standen noch dort. Ich begann nach ihnen zu rufen, doch keine Antwort. Ich lief auf das Feld des Hühnergeheges. Waren Tommy und Jörg etwa mit dem Landwirt mitgegangen? Aber das machte keinen Sinn. Denn hätten sie auf mich gewartet, ich war ja nun mal 5 Minuten weg. Und sie hätten niemals die Fahrräder hier unbeaufsichtigt und unabgeschlossen stehen lassen. So waren sie nicht. Tommy und Jörg waren bestimmt nicht aus freien Stücken einfach so gegangen. Mein Gefühl wurde immer mulmiger. Und da war noch etwas, was mir komisch erschien. Ich wusste aber nicht was. Irgendetwas war hier seltsam. Aber was bloß? Ich erstarrte. Wie angewurzelt blieb ich stehen. Ich lauschte. Totenstille. Absolute Totenstille. Die Hühner. Die Hühner gackerten nicht mehr. Sie waren auch weg. Aber wie, das... Das konnte doch nicht sein. In diesem Moment bekam ich Panik. Was war hier nur los? Ich kehrte um und rannte wieder zurück zum Weg. Irgendetwas in mir sagte, dass ich nicht zum Hühnergehege laufen sollte. Dass ich nicht nachschauen sollte, was mit den Hühnern los war. Ich bin bis heute froh, dass ich damals auf meinen Instinkt gehört hatte. Und so rannte ich nicht nur wieder auf den Hauptweg, sondern schnappte mir sofort mein Fahrrad und fuhr damit davon. Ich fuhr den Weg entlang, den ich sonst immer mit Tommy und Jörg gefahren war. Ich fuhr so lange, bis ich wieder zur Straße gelangte, wo ich dann sofort zum ersten Haus stürmte und dort klingelte. Eine alte Frau machte mir auf. Tränen überströmt und voller Panik erzählte ich ihr, was gerade passiert war. Ich glaube zwar nicht, dass sie wirklich verstand, was genau los war, aber... Die Angst in meinem Gesicht und die Panik in meiner Stimme waren für sie Anlass genug, die Polizei zu verständigen. Die Polizei, die dann bald eintraf, reagierte sehr gut. Sie nahm das, was ich gesagt hatte, sehr ernst und es wurde sofort Verstärkung geholt. Das erste Ziel war der Bauernhof, doch man konnte dort niemanden finden. Auch den Landwirt nicht. Und mir wurde mitgeteilt, dass keine Hühner im Hühnergehege zu finden waren. Nach ein paar Stunden wurden Jörg und Tommy als vermisst gemeldet. Tommys Mutter wurde informiert und schon bald war der Fall im gesamten Ort bekannt. Überall suchte man nach Tommy und Jörg, doch von den beiden fehlte jede Spur. Natürlich befragte man vor allem die in der Gegend wohnenden Leute, auch nach dem Landwirt. Doch niemand schien ihn so wirklich zu kennen. Einige hatten ihn hier und da mal wieder gesehen, doch es wusste keiner, wer er war und wie genau er hieß. Auch die Polizei selbst konnte dies nicht einfach herausfinden, denn es war gar kein Landwirt an dieser Stelle gemeldet. Das war schon ein Ding, als das rauskam. Denn der Landwirt hatte sich sicher schon viele Jahre niedergelassen. Naja, jedenfalls wurde das Ganze nach nur ein paar Tagen zu einer riesengroßen Sache. Das Verschwinden von Jörg und Tommy erreichte immer mehr Leute. Ihre Gesichter waren bekannt. Plakate mit ihren Gesichtern hingen an jeder Ecke. Genauso wie Phantombilder des Landwirts. Den man für den Entführer oder aber, wovon man mit zunehmenden Tagen immer mehr ausging, den Mörder von Jörg und Tommy hielt. Ich nehme es jetzt schon mal vorweg. Tommy und Jörg konnten nie gefunden werden. Genauso wie der mysteriöse Landwirt. Irgendwann wurde die Suche eingestellt. Man konnte sich fast sicher sein, dass Vater und Sohn längst tot waren. Und so wie das nun mal so ist, verblasste der Entführungsfall mit der Zeit. Er wurde zwar immer mal wieder zum Thema und neu aufgegriffen, jedoch war das Ganze irgendwann ein alter Hut für die Menschen und gehörte der Vergangenheit an. Abgesehen natürlich von Tommys und Jörgs Familie und ihren Freunden. Inklusive mir. Ich, der damals auch mit dabei gewesen war. Es verging kein Tag, an dem ich nicht an diesen Tag denken musste. Und es verging so gut wie keine Nacht, in der mir nicht der Landwirt in einem Albtraum erschien. Ich hatte ihn zwar nur etwa eine halbe Minute gesehen, doch ich hatte ihn noch deutlich vor mir. Ihn und seine Käppi. Die Käppi, die sein Markenzeichen war. Die Leute hatten es bestätigt. Man hatte diesen Landwirt immer nur mit Käppi gesehen. Sieben Jahre später kam ich an den Ort zurück, an dem es damals passierte. Bis dahin hatte ich mich nicht mal in die Nähe des Hühnerfeldes getraut. Aber irgendetwas in mir verlangte danach, zurückzukehren. Vielleicht, weil ich dachte, so mein Kindheitstrauma aufarbeiten zu können. Ich fuhr an einem Herbstabend mit dem Fahrrad dorthin. Es dämmerte schon, aber ich wollte sowieso nicht lange bleiben. Wenn die Dunkelheit eintrat, würde ich schon längst wieder über alle Berge sein. Nach erstmals sieben Jahren also fuhr ich die alte Route, die ich damals mit Jörg und Tommy immer gefahren war. Das alleine war schon ein sehr komisches Gefühl. Doch als ich dann schließlich oben am Hügel am Hühnerfeld ankam, bekam ich ein richtiges Herzrasen. Vor meinem geistigen Auge erlebte ich die Situation von damals. Verdammt! Ich ballte die Faust. Was war damals nur passiert? Ich würde alles hergeben, um die Wahrheit endlich herauszufinden. Ich lauschte dem Gack an der Hühner. Ja, die Hühner, dachte ich. Diese Hühner. Warum sind die damals verschwunden? Mittlerweile hat ein anderer Bauer den Hof und die Haltung der Tiere übernommen. Man wusste auch, wer er war. Natürlich wurde er genauestens untersucht. Und die Leute kannten ihn. Von ihm ging keine Gefahr aus. Im Gegenteil, wenn ich in seiner Lage gewesen wäre, in vollem Bewusstsein darüber, was hier passiert war, dann hätte ich keine ruhige Nacht schlafen können. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich schaute jetzt rüber zum Hühnergehege. Die Hühner gackerten genauso laut wie damals. Wie versunken schaute ich hinüber. So, als ob mein Kindheitsfreund und sein Vater jeden Moment einfach auftauchen und zu mir laufen würden. Doch dann sah ich plötzlich etwas. Da war ein Mann. Ein Mann mit einer Käppi. Ich sah, wie er aus dem Hühnergehege herauskam und aber schnell wieder hinter dem Gehege verschwand. Es dauerte etwas, bis das sacken konnte, was ich da gerade gesehen hatte. Eine Käppi. Es konnte doch nicht etwa sein, dass... Ohne, dass ich etwas dagegen tun konnte, fing ich an zu sprinten. Ich lief auf das Feld und sprintete in Richtung Hühnergehege. Trug der neue Landwirt etwa auch eine Käppi? Nein, das konnte ich mir nicht vorstellen. Das wäre doch ein sehr makaberer Zufall. Und selbst wenn er eine Käppi von sich aus tragen würde, der Mann wäre doch bestimmt von dem Vorfall hier unterrichtet worden. Als ob er danach dann immer noch diese Käppi tragen würde. Nein, das war der Landwirt von damals. Er musste es einfach sein. Er musste. Und wenn ich ihn jetzt fangen würde, dann würde ich vielleicht herausfinden, wo Tommy und Jörg waren. Vielleicht waren sie sogar noch am Leben. Ich lief immer schneller und in Rekordzeit war ich jetzt am Hühnergehege angekommen. Das Gackern der Hühner war hier jetzt schon fast ohrenbetäubend. Wo bist du? rüllte ich. Und während ich diese Worte schrie, kam zeitgleich von der Seite ein Mann hervor. Ein Mann mit einer Käppi. Ich konnte ihn deutlich sehen. Er war nur etwa 10 Meter von mir entfernt. Das war er. Das war der Mann, den wir damals trafen. Das war der Mann, den wir damals trafen. Das war der Mann, den wir damals trafen. Stehen bleiben! Das war der Mann, den wir damals trafen. 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 Mein lieber Junge, rief der Mann mit feierlich verkündender Stimme. Ich bin sehr froh, dass du nach sieben Jahren endlich den Weg zu uns gefunden hast. Heute ist es an der Zeit, dass zwei alte Freunde sich wiedersehen. Noch ehe ich etwas entgegnen konnte, riss der Mann sich sein Käppi vom Kopf. Und jetzt schrie ich nicht nur. Jetzt rastete ich komplett aus. Ich begann unkontrolliert zu atmen. Ich spürte, wie ich kurz vor einer Herzattacke stand. Auf dem Kopf des Mannes festgewachsen war der Kopf eines Huhnes. Und das Huhn auf seinem Kopf gackerte. Es gackerte mich an, als wollte es mich töten. Sieh zu deiner Rechten, mein lieber Junge, rief der Mann jetzt erneut, immer noch in derselben Tonlage. Und alles, was ich bisher gesehen hatte, war ein Klacks gegen das, was ich nun zu sehen bekam. Ich hatte mir keines der Hühner bisher wirklich angesehen. Der Landwirt hatte jetzt meine ganze Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Doch nun sah ich mir zum ersten Mal die Hühner an. Und das waren keine Hühner. Zumindest nicht komplett. Das waren Hühner, die aussahen wie Menschen. Oder Menschen, die aussahen wie Hühner? Ich konnte das nicht sagen. Da waren Kreaturen, die sowohl menschliche Körperteile als auch Körperteile eines Huhnes hatten. Aber alle von ihnen hatten menschliche Gesichter. Charakteristische Gesichter. Gesichter, die sie zu menschlichen Kreaturen und die sie leicht voneinander unterscheidbar machten. Und diese Kreaturen schauten mich an. Doch obwohl ihre Gesichter biologisch menschlich waren, war ihr Ausdruck nicht menschlich, sondern tierisch. Kein Leben in ihren Gesichtern. Kein Ausdruck. Nur Leere. Das war das Horrorhafteste. Das Schlimmste. Das Schrecklichste. Was ich jemals in meinem Leben auch nur irgendwo gesehen hatte. Der einzige Grund, warum ich nicht nochmal schrie, war, weil ich einfach keine Kraft mehr hatte. Ich schaute wieder zu dem Mann, der als einziger ein richtiger Mensch zu sein schien, der sich frei bewegen konnte. Ein Mensch, der ein Gesicht hatte mit Leben. Was ist das hier? Ächzte ich. Das sind Menschen, Hühner, mein Sohn. Antwortete der Mann und er klang immer noch feierlich. Diese Tonalität machte mich aggressiv. Aber schau doch nochmal nach rechts und betrachte die Gesichter ein wenig genauer. Zwei von ihnen sollten dir bekannt vorkommen. Ich tat, wie der Mann es mir sagte. Und noch bevor ich das sah, was ich sehen sollte, wusste ich, was mich erwarten würde. Nachdem ich die Gesichter der Menschenhühner nur ein paar Sekunden gemustert hatte, erkannte ich sie. Tommy und Jörg. Das waren sie, ganz sicher. Daran bestand gar kein Zweifel. Sie waren etwas älter, aber Tommys Gesicht sah nicht so alt aus, wie es hätte eigentlich sein müssen. Eher wie zwölf oder dreizehn vielleicht. Ich fiel auf meine Knie. Aber wie kann das alles möglich sein? Der Landwirt fing an laut zu lachen. Hast du das damals mit ihm gemacht? Fragte ich. Oh ja. Entgegnete der Landwirt. Aber warum? Der dumme Mann ist mir damals zu nahe gekommen. Und ich wusste nicht, ob er etwas gesehen hat. Er hat so komisch geguckt. Und da konnte ich kein Risiko eingehen. Daraufhin lachte der Mann wieder laut. Und dann kickte endlich mein Überlebensinstinkt. Ich sprang auf meine Beine und rannte aus dem Gehege heraus. Ich war ja sicher schneller als dieser alte Sack. Ich schaffte es aus dem Gehege. Doch als ich mich kurz umdrehte, um zu sehen, wo der Mann war, realisierte ich, dass er gar keine Anstalten machte, mir hinterherzulaufen. Ich rannte noch schneller davon. Aber er verfolgte mich nicht. Er ließ mich davonkommen. Und so rannte ich davon. Allein verfolgt von seinem diabolischen Lachen. Und den Bildern in meinem Kopf. Den Bildern von diesen Hühnermenschen. Das war's leider schon mit der Geschichte. Aber weiterer stundenlanger Content an Stories gibt es auf Spotify, Apple Music, Amazon Music und Co. Geht auf den Link in der Beschreibung und folgt unserer Playlist da. Was gibt es bitte cooleres, als mit Gruselgeschichten einzuschlafen? Danke für euren Support, Freunde. Ihr unterstützt uns wirklich extrem. Bis morgen zur nächsten Geschichte. D Untertitelung des ZDF, 2020